Wie haben Sie sich auf den heutigen Einsatz für die Jury vorbereitet? Wie haben Sie sich auf den heutigen Einsatz für die Jury vorbereitet? Wie haben Sie sich vorbereitet für Ihre Arbeit als Jurist? Ich habe schon in Jury gearbeitet und mich hat mich daran erinnern, was Sie für die Dinge suchen. Sie wollen eine Art Originalität finden in den Songs und im Material. Sie wollen sich auf die Artistische Expression sehen und wie sie auf der Stelle performen. Das sind die drei Dinge, die ich vorhin gedacht habe. Denken Sie, dass es einen Kopf-an-Kopf-Band zwischen den Bands geben wird? Wie ist denke ich mit dem Publikum zufrieden? Wie ist die Presse mit dem Publikum zufrieden? Ich glaube, wir sind jetzt nur ein Schritt in denures Wahlen, und die werden wir sehen, aber es ist immer schwer, wenn es die verschiedene Empl тебе gibt. Man sieht es ja gleich aus wie Applen zu Orangen. Ich denke, wir werden am Ende einen Winner gewinnen. Okay, stimmt. Wie sind Sie mit dem Publikum zufrieden? Was für die Zuschauer? Haben sie einen guten Job gemacht? Ich denke, die Zuschauer sind ein bisschen zurück. Es wäre lustig, wenn sie näher zu der Station kommen. Ich denke, das würde auch die Performer helfen, die Zuschauer mit der Zuschauer zu haben. Und hoffentlich sehen wir das jetzt. Es ist ein Melodie-Festival aus WM. Würdest du gerne eine dieser Bands in den Swedish Pre-Contest Melodie-Festival nehmen? Ja, ich denke so. Wir hören jedes Jahr in der Schweiz 2.000 Songs. 2.000 Songs? 2.000 Songs, die in die nationalen Selektion der Eurovision Song Contest gehen. Es ist eine Menge Musik, die wir hören haben. Aber von dem, was ich so gehört habe, Daher sind es sicherlich Bands, die in dieser Qualifikation sind. Sie sind sicherlich gut genug. Okay, das ist gut. Letzte Frage. Welchen Tipp würden Sie den Machern des Kommsa Band Contest mit auf dem Weg geben? Welchen Tipp würden Sie den Machern des Kommsa Band Contest mit auf dem Weg geben? Ich denke, die Zuschauerin-Interaktion ist das wichtigste. Wir haben eine gute Stelle, einen guten Sound. Und es ist ein fantastisches Event. Der Kommsa 25. Jahrhundert. Es ist ein sehr gut-organisiertes Event. Und ein tolles Projekt. Aber ich würde gerne die Zuschauer kommen zu den Musikern. Otherwise, das ist alles gut. Das ist alles. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.